Okay, wir machen die neue Kampfherausforderung. Ich habe gesehen, das ist ein bisschen schwerer, das in der Zeit zu schaffen. Den Angriff will man haben, den er gerade gemacht hat. Damit er den macht, müssen wir ihn so ein bisschen animieren. Dass er den auch ausführt. Und wenn wir das nicht schaffen, sehen wir es, bekommen wir. Ja, also, komm schon. Komm, mach den Angriff. Komm, yes. Also ja, in 75 Sekunden machbar. Man muss ihn sehr, sehr hart animieren, dass er diesen Schlag macht. Ähm, dann schafft man es unter den 75. Hm, ist nicht cool. Also, der war mit seinem Dash-Content einfach, das ist ein bisschen nervig, aber geht. Also, wenn ich das schaffe, äh, sollten das die meisten anderen Leute auch hinbekommen. Ähm, einfach ein bisschen Video anschauen, vielleicht ein bisschen langsamer abspielen. Er haut ein paar Mal auf ihn drauf, guckt, dass er die Haltung einnimmt, dass er wirklich versucht, diesen Doppelschlag zu machen. Und dann halt versuchen, das Timing auszufinden. Und dann, ich habe es jetzt vier, viermal, fünfmal. Beim fünften Mal habe ich es jetzt geschafft, diese unter 75 Sekunden zu bekommen. Ich habe es eben auch schneller geschafft, wenn ich zweimal nicht versaut hätte. Okay, ja, das war's. Einfach nur so klein, ganz kleine Mini-Hilfe, was man da parieren kann bei ihm. Das ist das, was ich gesehen habe. Er hat zwar auch diesen nach vorne Dash, da habe ich es aber nicht geschafft. Und der hat auch einzelne Schläge und nicht diesen Zweifachschlag. Ähm, da habe ich es aber auch nicht geschafft. Also die ganze Zeit nicht. Das war irgendwie so das einzige, der einzige Doppelschlag, den er gemacht hat, den ich geschafft habe zu parieren. Vielleicht findet ihr einen anderen Weg, aber so geht's auf jeden Fall. Bis dahin, ciao Leute.